Hallo und Grüß Gott aus der Marktgemeinde Haus im Enztal. Mein Name ist Fabio Berali vom Remax Büro in Schladming und ich bin sehr, sehr glücklich, Ihnen heute eine tolle Doppelhaushälfte zeigen zu dürfen, die aktuell zum Kauf angeboten wird. Ein paar Impressionen von außen und von innen gibt es jetzt. Im Jahr 2014, hochwertig erbaut, haben wir hier drei Geschosse. Sie haben bereits gesehen das Untergeschoss. Im Untergeschoss gibt es eine kleine separate Wohneinheit, die aktuell als Büro genutzt wird. Hier im Erdgeschoss haben wir diesen wunderschönen, großen Wohnkoch- und Essbereich. Und im Obergeschoss haben wir drei Schlafzimmer mit zwei Bädern. Ein Schlafzimmer davon ist ein Vara Master Bedroom mit Ankleide- und Badezimmer en suite. det ist ein Vara Master Bedroom. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und trotzdem zum Beispiel der Golfplatz in unmittelbarer Nähe, die bekannten Skiberge, Hauser Keibling und Planei sind in wenigen Autominuten erreichbar. Ein weiteres Highlight ist mit Sicherheit die Photovoltaikanlage am Dach mit ein paar Nädeln im Flächenausmaß von 96 Quadratmetern, die sich natürlich äußerst positiv auf die Betriebskosten auswirken. Zwei K-Board-Abstellplätze runden das Angebot dieser Immobilie ab. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne jederzeit bei mir. Bis dahin, euer Fabio von Remax. Georg und Anna verkaufen ihr Haus mit Remax. Lisa macht das selber. Tafel, Fotos, Video, Luftbilder, alles ganz entspannt. Perfekte Preisfindung, vollständige Dokumentation, einfach professionell. Werbung im Web und auf Social Media. Die Remax-Experten arbeiten für Sie und die besten Käufer. Remax. Nicht grundlos die Nummer 1. Jetzt kostenlose Marktwerteinschätzung auf remax.at Wie er mit einem Knäschchen. совершенно grantaso nicht füchern. Eben. Wie ist unser budget ausgesetzt.